Die Legende besagt, nur die Wunderblüte und das Blut des letztgeborenen Kindes, das Mensch und Tierleid spüren kann, wird unsere Rettung sein. Sie hat die Aufgabe, die Legende zu erfüllen. Sie glaubt an die Menschlichkeit. Seine Aufgabe ist es, das Kind der Legende zu töten. Er verabscheut jegliches Gefühl von Menschlichkeit. Doch das Schicksal entscheidet, welchen Weg sie gehen werden. Kalia Kalia Mal 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 Untertitelung des ZDF, 2020